das dfb jahr 2023 besorgt keinen guten abschluss ja und damit melden uns wieder nach einer kurzen unterbrechung hier wieder zurück und zwar geht es jetzt noch einmal in der kurzen übersicht um alle länderspielergebnisse aus diesem jahr und mitten im jahr war ja das jubiläum spiel also die deutsche mannschaft ist jetzt auch unter dem vierstelligen länderspiel teams sagen ich mal so und das länderspieljahr ist im märz gestartet mit dem sieg gegen peru 2 zu 0 denkt man sich okay der start ist schon mal gut dabei noch hansi flick der coach aber dann die niederlage gegen belgien 2 zu 3 das sah alles andere als gut aus dann im jubiläum spiel ihr seht ihr es ist ja mit gold umrahmt weil es das 1000 zylinder spiel war gegen die ukraine 3 zu 3 bei einem richtigen coolen bei einem richtig guten sommerwetter was da war also bei uns in der schule war auch richtig gutes sommerwetter wir hatten ja training fürs fußballturnier gehabt kann ich mich noch erinnern dann die niederlage gegen polen und die niederlage gegen kolumbien auch noch dazu das waren echt unnötige niederlagen und das war auch echt eine schlechte performance eine schlechte leistung bei beiden spielen es wurde dann nach der sommerpause ich gehe mal ein bisschen nach unten nach der sommerpause wurde es nicht besser ihr seht es hier nach der sommerpause kassierte man noch eine deftige niederlage gegen den wm gegner von letzten jahr gegen japan 1 zu 4 und da war dann der schluss durchgezogen und hansiflick wurde entlassen dann hat für ein spiel dann hat rudi völler die position des trainers für ein spiel besessen und zwar ausgerechnet gegen topmannschaft frankreich aber das hatte man 2 zu 1 dann wieder gewonnen und somit war die niederlagenserie gerissen und auch niederlagenserie ich gehe noch mal ganz kurz nach oben da habe ich gesehen so schlecht drei niederlagen drei niederlagen in serie war man irgendwie seit gefühlt fast 40 jahren nicht mehr habe ich gesehen das heißt so 1985 hatte man schon mal so eine schlechte bilanz in serie gehabt dann gehen wir nach unten dann traf man in oktober in der usa reise an und da waren dann die ersten spiele des ex bayern kiel trainers julian nagelsmann der bis zur heim wm 24 trainer bleibt mal gucken wie es danach weitergeht und mal gucken wie deutschland bei der eigenen heim wm abschneiden wird 3 zu 1 gewann man gegen wm gegner von 2014 gegen die usa dann das spiel gegen den wm gegner aus 2018 gegen mexiko war man schon ein bisschen wieder am schwächeln glaube ich 2 zu 2 dann da denken wir noch okay es ist noch keine niederlage also noch kann da was gehen aber dann die letzten beiden länderspiele jetzt im november letzte woche samstag gegen die türkei 223 verloren ich habe es mir nicht angeguckt aber ich dachte mir schon mal vom ergebnis hier naja das könnte ja wieder super werden und dann noch schlimmer wurde beim letzten spiel in wien gegen rivale österreich 0 zu 2 verloren und was passiert noch sané passierte in der zweiten hälfte sogar glatt rot das war schon echt ein bitterer abend und wieder mal mit mageren leistungen da denkt man sich leute was ist nun mit der deutschen nationalmannschaft los warum können die keinen guten fußball mehr spielen da denkt man sich echt was will man da noch ändern was will man noch ändern damit die bei der heim em wieder besser überzeugen können also ich bin jetzt auf die test spiele vor der em gespannt gegen wie man da alles antritt ich denke mal zwei länderspiele drei länderspiele könnte irgendwie so hinkommen vielleicht mehr weiß ich jetzt nicht aber das könnte schon echt eine harte nummer werden ja soviel dazu also ich habe dann auch da beim spiel gedacht leute bei der nationalmannschaft bzw bei der leistung von der nationalmannschaft gehe ich dauernd nur kaputt und es macht mir halt irgendwie kein spaß mehr merke ich weil immer geht die deutsche nationalmannschaft in die krise also fußball deutschland was ist da nur los fragt man sich das zu dem länderspiele jahr 2023 es gab aber schon auch schlimmere jahre also 2018 war zum beispiel ein schlecht schlechtes jahr jahr also zum fluss auch mit den rekord mit der rekord niederlage gegen spanien mit dem 0 zu 6 was ich mir auch schon mal angeguckt habe also das war die höchste niederlage die ich da gesehen habe 2021 unter hansiflick war dann ein bisschen besser 2022 wurde dann wieder schlechter und 2023 wohl auch nicht besser also man sieht es gibt es gab lange kein jahr mehr ohne niederlage also 2017 war das letzte jahr wo man wirklich lange ungeschlagenen serie hatte also 2016 nach der em in frankreich bis 20 bis ende 2017 beziehungsweise noch bis an bis märz 2018 bis zum ersten länderspiel von 2018 hat man echt eine lange lange ungeschlagenen serie gab es aber wirklich noch eine top mannschaft zu sehen aber wo das jetzt geblieben ist weiß man überhaupt nicht naja ich bin auf jeden fall gespannt wie das jahr 24 vor der em wird ich bin vor allem gespannt wie die gruppenauslosung ist es stehen jetzt schon 21 von 24 teams fest drei teams werden noch über die players in märz entscheiden aber anfang ich glaube nächsten samstag gibt es ja schon die em auslösung und darüber wird ihnen auch ein video machen also wie die gruppen sind und wer noch alles in der em aus den play-offs folgen könnte das wird es nächste woche samstag geben bis dahin gucken wir mal was aus der deutschen nationalmannschaft noch wird und welche pläne umgesetzt werden und hoffentlich stürzt man nicht noch tiefer in der krise das will man überhaupt nicht haben vor der em und vor allem noch in der im eigenen land naja das war's von meiner seite in diesem video wir hören uns noch heute abend am späten abend wieder bei minecraft für ein video habe ich euch ja angekündigt mehr infos gibt es dann wenn es so weit ist bis dahin einen schönen start ins wochenende und ciao